Die Rente kann brutal sein, Ruhestand oft nicht einfach und will auch wirklich gelernt sein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Viele Menschen gehen in den wohlverdienten Ruhestand und fallen dann oft in das Bodenlose. Keine Aufgabe mehr da, kein Job mehr da, keine Anerkennung, soziale Kontakte fallen weg. Auch das Geld fehlt, die Rente ist oft geringer als Einkünfte im Job. Der Ruhestand kann sogar familiäre Krisen auslösen, wie Stress in der Familie mit dem Partner. Jetzt sieht man sich ja jeden Tag quasi rund um die Uhr, hat sich bald nichts mehr zu sagen, Streit ist vorprogrammiert um Alltäglichkeiten, was im Job, normalen Berufsalltag ansonsten gar kein Problem gewesen wäre. Und was nun? Den Kopf hängen lassen oder etwas Neues machen, Hobbys, Sport, Reisen, Familie, alles ganz toll, meine Damen und Herren. Aber viele von uns Ruheständlern oder zukünftigen Ruheständlern, die sollten auch mal darüber nachdenken, über dieses Phänomen und Problem, brauchen einfach die sozialen Kontakte, brauchen die Bestätigung durch sinnerfüllte Arbeit. Ruhestand kann im wahrsten Sinne des Wortes nervend sogar manchmal bis tödlich sein. Also eine neue Beschäftigung suchen, Ehrenamt oder einfach einen neuen Job, der dann auch wirklich Spaß macht, wo Sie sagen, Mensch, das möchte ich gerne mal ausprobieren, das wäre doch eine tolle Sache. Ein Job, der Ihnen wirklich Spaß macht, der Sie fordert, der Sie bestätigt, der soziale Kontakte begründet, Ihnen auch Achtung gibt, also Selbstachtung letzten Endes auch wieder gibt. Viele Menschen machen ja auch einen Job, weil sie wirklich darin Bestätigung finden und auch eine Art Selbstachtung für sich haben und darin auch suchen. Die neuen Hinzuverdienstgrenzen ab 2023 können eine Erwerbstätigkeit für Sie sicherlich sehr attraktiv machen. Wer also aber nicht mehr als 520 Euro dazu verdienen will, auch keine schlechte Sache. Minijob ist ja, wie wir bekanntlicherweise wissen, oftmals steuerfrei. Also meine Damen und Herren, Kopf nicht hängen lassen und sich mit dem Ehegatten über Belangloses eventuell herumstreiten, neue Betätigung suchen und dann einfach nochmal durchstarten. Das Geld kann vielleicht auch jeder gut gebrauchen in diesen teuren Zeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.